Herzlich Willkommen bei BMTV Urban, mein Name ist Finn, jetzt gibt es den Urban Recap und bleibt auf jeden Fall dran, denn AK Außdachkontrolle und Capital Bra gehen auf die echte Tour und kommen dabei in Berlin im Gretchen vorbei. Dafür verlosen wir Tickets, aber dazu später mehr. Lange, lange war es still um Kapo, doch jetzt kommt er zurück, er hat ja sein Album angekündigt, das kommt am 7.7. raus, nennt sich Alles auf Rot und er hat jetzt auch schon die Woche jetzt direkt zwei Musikvideos rausgehauen, man konnte über Spotify schon ein bisschen was hören, jetzt hat er uns aber das Video zur Intro geliefert und einen Tag später direkt auch das Video zu ganz, ganz normal in meiner Gegend. Ich muss sagen, ich habe das Video und den Track zur Intro richtig krass gefeiert, das Video war dermaßen heftig, also ich fand diesen Classic-Look, den er da irgendwie hatte, fand ich richtig geil, ich fand den Beat übelst heftig, er hat krass geflowt. Ich fand das wirklich im Gesamtpaket richtig, richtig cool, zumal sich das auch so ein bisschen unterschieden hat zu dem, was er halt vorher gemacht hat. Er ist immer noch derselbe, aber er hat es ein bisschen mehr Klasse drin gehabt, finde ich. Und dann, einen Tag später, ganz, ganz normal in meiner Gegend, ist er wieder auf dieser Straßenrapschiene und das Video auch natürlich viel, viel düsterer. Ich habe ein bisschen das Gefühl, als will er uns mit dem neuen Track zeigen, ey, guck mal, ich kann so mega classy sein und so und mit dem zweiten Track dann ganz, ganz normal in meiner Gegend dann im Prinzip wieder sagen, aber ey, ich bin immer noch Straße. An mir ist das ein bisschen vorbeigegangen irgendwie so, ich habe das nicht so gefeiert, weil, wie gesagt, ich habe diesen ersten Track gehört, da dachte ich mir, okay, krass, neues Ding und so und dann, das hat für mich nicht gepasst irgendwie, ich weiß auch nicht, aber ey, was hat er dir davon? Haut es mal in die Kommentare. Außer Intro von Capo sind aber noch sehr, sehr viele andere Musikvideos rausgekommen, unter anderem auch das Musikvideo von Luciano zur Psychose. Finde ich auch ziemlich, ziemlich geil, diesen Track, vorab gesagt zu Luciano, ich feiere den Typen echt ziemlich krass. Das Ding ist nur, ich finde, Luciano klingt einfach auf jedem Track gleich so ein bisschen. Also natürlich, die Beats sind anders und der rappt anders drüber und so, aber im Grundkonzept klingt er eigentlich jedes Mal gleich. Das Lustige ist aber, dass mich das überhaupt gar nicht stört, sondern ich finde das eigentlich richtig geil, also ich feiere jeden Track aufs Neue. Ich finde, das merkt man vor allen Dingen in den Hooks, wo er so ein bisschen anfängt zu singen, er wird ja nicht, er singt ja nicht wirklich, aber er wird so ein bisschen melodischer mit der Stimme. Ich finde, da hört man das immer sehr, sehr raus, dass es gleich ist, aber wie gesagt, ich feiere es krass. Was ich noch ziemlich feiere, ist der neue Track von Bowser, der hat nämlich das Musikvideo von Stripperin rausgebracht. Ja, die Message dahinter, ne, übel und das Video ziemlich, ziemlich geil gemacht. Ich finde Bowser ist das ganz cool, der hat immer in den Videos, spielt er immer richtig krass, wenn es so blau und rot, diese Farben, das sieht immer richtig, richtig geil aus. Der kommt übrigens auch bald auf Drei-Farben-Tour und ja, vielleicht sieht man sich da irgendwie in Berlin, ne. Wir haben von Kontra K jetzt das neue Snippet bekommen, das ist jetzt das zweite zu seinem Album Gute Nacht. Wir haben auch von ihm einen neuen Track bekommen, featuring Boateng und AK aus der Kontrolle namens Gift. Den Beat von dem Track finde ich richtig, richtig gut. Kontra Ks Part übelstark, Boateng auch gut, Video ist richtig geil. Weil das Einzige, was ich so ein bisschen dran zu bemerkern habe, ist AK aus der Kontrolle so. Ich finde ihn eigentlich gut, ich finde ihn eigentlich, feiere ich den, ich finde nur auf diesen Beat kommt der nicht gut, weil der Beat ist so ein bisschen, ach keine Ahnung, wie soll ich sagen, so ein bisschen gedämpfter und seine Stimme und so, ich finde das Match nicht ganz. Aber ey, was haltet ihr davon? Haus mal in die Kommentare. Tja, Schwester Eva ist ja schon relativ lange jetzt in Untersuchungshaft und es gibt jetzt, naja, ich weiß nicht, was man jetzt News nennen kann, aber so ein bisschen mehr Infos zu ihr. Und zwar hat die Frankfurter Rundschau in einem Artikel geschrieben, dass Schwester Eva bis zu 10 Jahre Haft drohen. Denn sie ist angeklagt, das wussten wir ja schon, sie hat ja Fans zur Prostitution gezwungen. Darüber hinaus wird sie, wie gesagt, zu Halterei angeklagt, Menschenhandel, Körperverletzungen und Steuerhinterziehung. Und ja, so worst case mäßig, glaube ich, 10 Jahre. Ob das eintritt, bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich 10 Jahre werden. Aber, ähm, tja, so super, super gut sieht das nicht aus. Naja, Hashtag free ever. Die Tour der 187 Straßenbande und Rav Camora ist jetzt vorbei. Sie haben einfach alles komplett rasiert, so mehr kann man das einfach gar nicht mehr sagen. Sie haben jetzt nochmal Platin bekommen und hier und da und dort, alter Schwede, total, total krank. Das Ding ist, Rav hat jetzt aber einfach mal ein Solo-Album angekündigt. Eigentlich perfekt, so er ist gerade mega auf dem Hype-Train. Jetzt direkt ein Solo-Album raushauen, richtig, richtig geil. Er hat auf dem, äh, oder in dem Post, wo er das gesagt hat, den Hashtag Anthrazit benutzt. Ob das jetzt der endgültige Album-Titel wird oder ob es noch ein Arbeitstitel ist, wissen wir noch nicht genau. Das wird er vielleicht noch ein bisschen sagen. Ähm, ja, ich denke mal, dass das sein Album aber auch noch in dieser Richtung, Afro-Trap-Dance-Hall-Ding gehen wird. Ich denke mal, er wird da auch ein bisschen was eigenes nochmal reinbringen. Würde ich mir auf jeden Fall freuen. Aber safe hat er auch da Bones, MC, Jesus, 137 Straßenbande und Features drauf. Hundertprozentig. Also würde ich mir sogar eigentlich todesichern. Tausendprozentig. Wir haben in einem Recap, der jetzt schon ein bisschen länger her ist, äh, mal über Material geredet und über diesen Hashtag Anti-Material, den er über benutzt. Und da haben wir noch gesagt, wow, vielleicht wird das das neue Album und so. Äh, original nicht. Nein, es ist einfach ein, ein Film geworden. So, okay, krass. Er droppt einfach einen Film, man. Er ist, äh, auf YouTube über den Green Berlin Channel. Ein Teaser gedroppt. Und das sieht einfach nur, ähm, crazy aus. Ohne Scheiß, guckt euch den Trailer an. So, ich kann dazu nicht viel sagen, Digga. Das ist eine Mischung aus Space, Drugs und irgendwelchen Tribes. So, ich feier's auf jeden Fall. Ich glaube, ich gämle den echt. Aber zieht euch mal den Trailer rein. Yo, wir haben jetzt die Tracklist von Ich Bin Drei Bediener. Unter anderem haben wir da als Feature Rav Camora, Namika, Haftbefehl, Zido, Capital Balado Hatta, Young Hun, Hannibal, Olex Hash, Jizzis und auf der Bonus-EP, nochmal Yoshimitsu. Ja, ziemlich geil. Wir haben, wie gesagt, der hat ja auch schon öfter mal angekündigt, wir haben hier 16 Tracks, beziehungsweise 16 plus die ganzen Bonustracks. Also eine ordentliche Ladung an Tracks. Ist ja sehr, sehr schade, dass aber Chief Kief nicht als Feature dabei ist, weil, Mensch, dann wird Chief Kief, glaube ich, auch in Deutschland bekannt geworden. Aber nur, wenn er UFO Feature macht. Sonst nicht. Ist er auch nicht. Ja. Das war's jetzt mit dem Urban Recap für diese Woche. Bevor wir jetzt zur Verlosung kommen, die wird jetzt ein bisschen anders sein als sonst immer. Wir haben die ja sonst immer über die Mails verlost. Wir werden es jetzt machen. Ich finde das immer ein bisschen nervig, so dieses Mail schreiben und so, ist ein bisschen wack. Deswegen machen wir es folgendermaßen. Wir posten den Recap auf Facebook und auf Twitter. Und wenn ihr in die Verlosung kommen wollt, müsst ihr nichts machen, außer uns auf Facebook, Twitter folgen, den Beitrag teilen, also den Recap-Beitrag teilen und liken, beziehungsweise faven auf Twitter. Und wir haben ja, wie gesagt, zweimal zwei Karten. Dann werden einmal zwei über Facebook verteilt und einmal zwei über Twitter. Genau. Dann werden wir euch auf jeden Fall eine Woche, bevor das Konzept losgeht, via Facebook und oder Twitter anschreiben. Und euch auf die Gäste-Liste packen. Genau. Das war's von mir. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao. 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 Ciao.